Ein gewonnener Punkt oder zwei Punkte liegen gelassen? Wie hält Ihr gerade so zum Spiel heute aus? Nein, ich denke, dass wir mit dem Punkt absolut zufrieden sein sollten. Ich denke, wir haben gegen einen VfL gespielt, der insgesamt etwas sicherer war in seinem Kombinationsspiel, in den ganzen Abläufen selbstbewusster aufgetreten ist und wir haben versucht, denen das etwas schwer zu machen, indem wir doch sehr kompakt nach hinten zum Zentrum zumindest gestanden haben und letztlich dann in der ersten Halbzeit auch mit einer Standardsituation in Führung gegangen sind. Für uns war es schon blöd, dass dann kurz vor der Halbzeit dieses unglückliche Tor gefallen ist und wir nicht mit einer Führung in die Kabine gegangen sind. Und in der zweiten Halbzeit war es halt ein Spiel, was durchaus auch für den VfL ausgehen kann, mit der Elfmetersituation. Wir haben danach auch noch ein, zwei Situationen. Wir haben noch diesen Pfostenschuss dann. Und insofern denke ich auch, dass es von unserer Seite aus, oder dass ich es zumindest für ein gerechtes Ergebnis halte, vom ganzen Spielverlauf und wir damit auch, das habe ich den Jungs zumindest gesagt, zumindest wieder in der Spur sind. Und wir müssen jetzt in den nächsten Spielen sehen, dass wir die Spur halten und sie vielleicht etwas breiter machen und sicherer machen. Schönen Dank. Schönen Dank. Schönen Dank.